Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Elex. So, wir wollen dann kurz gucken, bin ich hier vorbei, so vorbei, oder hoch. Also die Frage, komme ich überhaupt so hoch? Oh, oh. Ja, in Not. Ähm. Könnte funktionieren. Achso, das ist Wasser. Ich dachte gerade, iiih, was ist das denn für eine komische Suppe? Ist ja nur was, ja. Woa, waba knap. Ja, ein bisschen kann ich auch klettern. Ich mache es mir, ich weiß nicht, ob es mir schwer macht oder einfach macht, aber für mich ist es jetzt, weiß ich nicht, eine gute Option, es so zu machen. Weil, weil, weiß ich nicht. So, es könnte noch ein hartes Stückchen Arbeit werden. Na, da müsste ich gut hochkommen. Ja, tue ich auch, perfekt. Dann müsste ich da rüber hochkommen oder hier? Ich weiß nicht, hier ist, glaube ich, zu... Oh, hier steht sogar ganz einsam ein Baum. Na, sie schmücken sich ja, dass man überall hinkommt, wo man halt auch hingucken kann. Haben sie bis jetzt nicht mit gelogen. Ich glaube nicht zehn. Ah, ich sehe, da ist schon was leuchten. Könnte der Converter sein? Okay. Ich sehe, da ist ein, ja. Hm. Ach, ich sehe, da ist keine Ahnung. Ja, ich sehe. Ja, ich sehe. Es sieht nicht, wie geht's. Ich sehe, da ist ein bisschen. Sind nicht, wie geht's hier. Und nicht, wie geht's hier. Ja, ich sehe. Du bist ja. Du bist ja, da ist ja. Du bist ja, da ist ja. Ich sehe. Langsam lässt sich wieder was erkennen. Ich bin am Konverter. Ich auch. Ich auch. Ja, hier wird es sehr kalt. Ja, da ist schon wieder so ein Monster unten. Ich will natürlich jetzt auch nicht so weit außen rum rennen und irgendwelche anderen... ...Typen auf uns aufmerksam machen. Okay, eine Drohne, ein Monster. Also Drohne, Mutant und so ein Roboter. Das ist nur die Frage, ist das der Eingang? Sieht nicht so aus, als wenn das der Eingang wäre. Eingang habe ich gefunden. Alps, Drohnen. Monster. Ich bin der König der Löwen. Okay. Den muss ich aus dem Weg räumen. Definitiv. Pass auf, ich versuche mal was. Ich versuche das jetzt mal mit Handgranaten zu regeln. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Obwohl ich auch versuchen könnte, einfach mal rein zu gehen. Komm, Ray, wir versuchen es. Eins, zwei, drei. Ich weiß es nicht, sind nur ein Zweck der Sache. Boah. Ja, das sieht nicht gut aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Kriegsmasch... Also, fünf von diesen Robotern. Hä? Das Biest kaufe ich mir! Bin schon dran! Tu das doch auch mal bitte! Es sind zwei aufmerksam geworden. Immer noch nicht! Ja, das müsste jetzt sein! Muss man eben einmal hier weg? Puttel! Puttel! Oh mein Gott! Die Viecher machen das schon! Hab ich mich erschrocken, ey! Hab ich mich erschrocken! Alter Schwede habt ihr... Och mein Gott! Ich bin hier total... Das Spiel rächt mich auf! Macht mich ganz fertig, das Teil! Oh Mann! Wieso sind denn jetzt schon wieder alle hinter mir her? Dankeschön! Hier sollten wir nicht allzu lange bleiben! Nee! Der Meinung bin ich auch! Ja! 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 Den Eingang haben wir jetzt fertig! Und den Rest? Wie kriegen wir den jetzt da raus? Bombardieren! Gute Idee! Och mein Gott! Das kann ja was werden! Ja! 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 Ich hab dich schon heute voll... von diesen Monstern, ey! Ja! Ja! Das Biest kaufe ich mir! Mach mal bitte! Oh oh! Ich hab keine mehr. Ich weiß nicht wohin. Renn! Könnte meine Chance sein. Boah! Ich bin schon dran! Der Vorteil ist, dass die Viecher jetzt nämlich nicht hier hoch kommen. Das ist ein Vorteil. Und wir können den Konverter abschalten. Und dann können wir andersrum wegfliegen. Ich muss ab und zu immer mal wieder nach meinem Hund hören. Ihr wisst das ja. Oh super! Oh Mann! Mann! Ich bin total gefangen! Ich komm nicht raus! Was? Was ist denn los? Hallo! Na! Ich war total gefangen! Ich komm so nicht... Ich bin überhaupt nicht rausgekommen! Ich bin total gefangen! Ich bin total gefangen! Ich bin total gefangen! Ja, steck das Schwert ruhig ein! Kein Problem! Okay, dann muss ich speichern. Oh, eine Dase. Ich hab schon voll keinen Bock mehr, ey. Ray! Ich hab einen! Nein! Ach! Oben wird's wieder schwer. Bist du bereit, Ray? Okay. Ich steh mich hier nicht ehrlich, bin ich. Oh. 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 Ja, das war nicht mein Plan. Ich schätze, hier passen wir besser auf. Mir fehlt ein Dietrich. Ja, toll. Ich hab alle verkauft. Greenbot hab ich auch umgebracht. Der Arme, der kann ja mal so gar nichts dafür. Mir fehlt ein Dietrich. Konverter abschalten. Und dann hab ich nur noch einen. Und dann meinen Bruder. Oh. 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 Ich hab Quindi an ja. appearance. Und dann ja. Ich sag bloß, die hatten viele Eingänge. Also plündern kannst du die ja richtig schön ordentlich hier, ne? Objekt ES 23 ist vorbereitet. Ihr verdammten Scheißkerle, lasst mich los! Fixiert ihn, er darf sich nicht bewegen, während wir die Maschine anschließen. Nein, tu das nicht! Initialisiere Stufe 1. Nein, bitte nicht! Gott, der Arme. Er ist da hinten. Da mal Spül speichern, dass wir da wieder raus sind. Das ist ja echt schon nicht mehr lustig mit den ganzen Mutanten und Viechern hier und so. Wir haben da Drohnen. Wir haben da's schon raus. Wir haben da's schon mal raus. Wir haben da's schon mal raus. Und wir haben da's schon mal raus. Ja, da ist ja so. Ich glaube, mit 10 Tränken komme ich an sich weit. So ein bisschen überlegen. Hier ist nichts, oder? Das ist aber ziemlich... Schutzschilder. Was haben wir denn? Ein Jetpack. Ich könnte auch die Dinger wahrscheinlich ausschalten und dann würde das ja auch kaputt gehen. Bin ich eigentlich auch da, wo ich hin wollte? Nein, ich bin am Eispalast! Ich werde jetzt eiskalt in den Eispalast eingebrochen. Oh, hallo! Wollt ja nicht stören, ne? Wollt mal schauen, was hier so los ist. Scheiße, ey. Ich dachte schon. Ganz schön stark bewacht. Stärker als sonst. Ja, und das ist der Moment, wo wir wieder rennen. Oh ja, definitiv. Wir gehen mal ein bisschen durch die Wildnis. Mutanten und, joa... Maschinen und weiß weiß ich nicht alles. Das ist erstaunlich. Da ist der Portal. Da ist der Portal vor allen Dingen. Der war gut. Oh Leute, ich muss Schluss machen. Okay, ähm, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.